Mount Mortarpeaks. Ach, was haben wir denn da wieder gemacht? Wie geil Scheiß. Oh, der ist da. Warte mal. Mortarberg. Was ist eigentlich Mortar? Habe ich da nicht das Wort nicht immer irgendwo in einem anderen Kontext gelesen? Guck mal, meine Schlau-Fohn. Ähm, Feb-Eb. Die Dämpfer haben wir ja schon. Also, Mortar. Ich kann auch nicht jedes Wort in oder äußern. Mortar ist... Mörtel. Ah, der Mörtelberg. Oder Mörserberg. Mörser, Mörder, Mörter. Mörter ist auch der Mörser. Nicht die Möse, sondern Mörser. Möse ist, wenn man die zwei Eris einfach rauslässt. Nicht, dass der Mörser ein Mörser wird. Merkt euch das. Hier lauten da draußen kleine Kinder... ...und junge Menschen. So, als Mörtel. Mortar ist Mörtel, also der Mörtelberg. Ich besetze das mal provisorisch als Mörtelberg. So, wie Richard Mörtel Lugner. Wer ist denn dieser österreichische Baulöwe? Dieser Baulöwe. Mit dem spitzen Namen Mörtel. Also, der Richard Lugner. Na, egal. Ich Lugner, sondern Lugner. Ja. Na, okay. Was haben wir denn hier eigentlich? Ich will gar nichts Zeugs hier. Also, hier gibt's nichts. Dann halt ich mal nochmal weiter. Und hier. Hm. Na, eigentlich sieht der Schuss jetzt sinnlos. Weil's hier kein... ...Kampfgebiet gibt. Ja. Ah, wieder so ein Glücks. Ah. Hm. Ähm. Was kann ich denn noch? Ähm. Die Club. Black Piece. Green Stack. Wow. Ja. So, Lucky Egg. Mein Lucky 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 Egg. Der aber noch ein bisschen trainieren muss. Äh, ach. Ich hab jetzt gerade leider keinen Platz dafür vorher. Hm. Ähm. Ähm. Ah, dann mach ich dann später. Ich wollt dem Dragonier das eigentlich geben, dieses Glücksei. Ach, du Glücklicher. Ja. Ähm. Na, oh. Ne, spare ich mir jetzt. Freue ich nicht. Upsala. Hab ich grad nicht hingeschaut. So. Und hier. Save. The World. 42. Geteilt die Neue. Moin, mein Bester. Was ist denn das mit'n Ding? Ne, puh. Ich hab zwar schon eins, aber ich schnapp mir trotzdem noch eins. Nach dem Motto. Doppelt hält besser. Schwach, aber wach. Schwach, aber wach. Schwach, aber wach. Schwach, aber wach. Sogar ein Männlein. Männekellein, ein Weiblein. Ne. Funny Bunny. Ah, Bill Lindemann. Hi, ich. Ich bin es Bill. Ich nehm gerade ein neues Lied auf, einfach am Stein auf mit meiner super tiefen Stimme. Danke, dass du mein Lagersystem benutzt. Das letzte Pokémon durch die Geschichte hast, hat die Box vollgemacht. Du wirst nun die Boxen wechseln müssen, wenn du weitere Pokémon verfahren wirst. Ich werde... für die nächsten Boxen wechseln, um Platz fertig frei zu machen. Ja, aber wenn du alle Pokémon wechseln möchtest, Daten werden gespeichert. Äh, da ist gerade ein äh, schöner Speicherstand. Äh, okay, wenn ich das für dich überschreibe. Speichere eine Menge Daten. Danke dir, dafür hattest du das PC-Lager-System benutzt. Ich hör mich sonst ein bisschen an, wie Bernd das beruht. Ober-Doppel-Riesen-Mist. Ah, wie das hier römischen Torgi-Peace hier. Eine ganze Gegend voller Torgi-Peace hier. Vielleicht beim Mörtelberg. Ähm, wo ist denn jetzt die... Ach, hier. Ich spreche nochmal, das riecht nach was ganz Verdächtigem. Also nicht legendärer Pokémon, aber manchmal... Da ist ein bisschen so dieser Instinkt, so diese Intuition. Ist denn irgendwie so ein Pokémon, von dem ich nichts wissen darf? Mit einer extrem niedrigen Encounter-Arte? Ja, ich weiß ja nicht. Naja, ich weiß ja nicht. Scheiße. Ist das überhaupt? Dafür brauchst du aber wahrscheinlich Lockduft oder sowas, ne? Aber ich probier mal. Einfach mal ein bisschen rumlatschen. Ein bisschen in eine kleine Jogging-Runde einlegen. Ein bisschen Amok laufen mit den Beinen. Nur um das festzustellen, dass da wahrscheinlich nichts ist. Genau okay, wenn da nichts ist. Und hier? Auf dem Mörtelberg? Na okay. Und wo geht's denn eigentlich nochmal? Ah, ja. Und hier? Ein bisschen nicht weiter. Ups, ja, falsche Rechnung. Da ist manchmal, wir sind im Irrgarten. Irrgarten. Was hast du denn anderes? Irrgarten. Um, ja. War ich da schon? Wahrscheinlich nicht. Na, ne. Äh, ne, noch nicht. Sternenstöck. Na. Wie widerlich, dass hier immer so rammelvoll bin. Naja, okay. Dann machen wir mal weiter. Ja. Ich laufe immer so sauschnell. Wie die Mitarbeiter beim Saturn- oder Mediamarkt. Was haben wir hier? Gerafari 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 Geraf. Ach, wie Giraffarik von dir. Das ist das Giraffarikste, was ich jemals erlebt habe. Ich bin eine Beule und habe eine kleine Bette Beule Schuhu 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 Jo Sind wir immer noch? Ich will es einfach mal wissen Mordor Peaks Die Mordelberghulen Ich bin das Giraffarigste überhaupt Giraffarig Giraffariger und am Giraffarigsten Ich hätte nie gedacht ich würde eine Giraffarige Gestalt sehen körperliche indische Gewalt im Wald Das lässt mich kalt Oh Liegt ein komisches Harry Potter Büchlein Ja das schauen wir es machen So Der Mordelberg Speichern wir mal So Das ist von allweil so 42 geteilt 16 Stunden Ja Dann lesen wir mal das Büchlein Schaut wie ein als eine irgendwie dieses diesen Feldbereich hier verloren hätte Schaut also ein bisschen naja ein bisschen verschlissen aus einmal so und hart und schwer zu lesen try to read it anyways ja seem to appear to those Drain-to-trainers who have a strong bond with your und geert pokémon keep reading ja even roaming legendaries hier hier enter what defeat by the strongest strongest trainer ja just just to wait to it to bless zum lesen na man mal weiter hallo ich bin immer so sauschnell wie so ein Saturn- oder Mediemarkt-Mitarbeiter das ist ja so Nugget na das gibt viel Geld oder überhaupt ich sammle die einfach nur diese komischen Dinger so schauen wir mal hier das ist also der Mörtelberg ne das lädt jetzt im Erkunden ein das ist ja so eine komische Angelstelle na ok oh machen wir mal weiter was gibt es hier für Puken sonst noch außer dieser komischen Girafferigen Girafferig Ah Ohlen mit Bohlen Ich heule wie eine Ohle ohne Bohle mit einer Knochenkohle mach das selbst na mal nehmen wir mal weiter ein Buttertier aber ich will nicht immer diese Repels diese Schütze da Schütze Schütze äh Schütze verschwenden das tue ich ja eh schon irgendwie nicht so häufig mehr oder weniger so dann machen wir mal weiter Oh da war ja schon äh also da ist ne Sackgasse eine Hodensackgasse oder Bodensackgasse wenn aus dem Bodensee der Hodensee wird der Hodensee ohne Bodensee ein Hoden ohne Boden immer diese Girafferigen Giraffericks Wo ist das Girafferickste Girafferick das ich je gesehen habe die sind vor allem schon sehr Girafferick diese Girafferige aber naja man ist mal so ich habe irgendwo keinen Bock na ja und weiter was machen könnte Mad Moon diese Pipis da waren ja noch diese Pipis na schau mal ach komm man Piloswein hat einen Schwein der hatte echt einen Hau du Sau du werte Sau im Bau bevor ich dich klau und dich verhau und versau äh ups na ah müde die Steuerung da du 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 Ah, da fällt mir eine Sache ein. Da fällt mir eine Sache ein. Wenn ich mal hier bin, Computer on. Okay, Computer. Die Radiohead. Warum bin ich? Ja, da fällt mir ab. Dann wollen wir jetzt mal Max Potion 3. Weiße, wir haben hier Topf Genesung. Max Alexio. Dick Club. Willkommen im Club. Dick... Brick Dick Peace. Dick Brick Peace. Was ich machen könnte? Hm. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ah, der hat ja sogar schon... Ah, fuck. Der hätte mir vorher mal reingeplotzt. Hm. Was ist er denn eigentlich? Was ist er denn? Was ist er denn? Das ist ja auch ein richtig starker Arschficker. So ein dicker Ficker. Ich weiß nicht. Das ist ein dicker Arschfinger. Oh, mein Gott. Push the button to kill the world. We are the doors. Yeah. Warte mal. Oi oi. So. Was hat er denn eigentlich drauf? Habe ich dir das vorhin gesagt? Wow. Ah, der kann sogar surfen. Na, aber das kann ich auch vorher auch gar nicht wissen. So, ach, das habe ich ja vorhin im Kampf schon gesehen. Regentanz, Übersteller, Drahenwut. Na okay. Ist doch relativ solide für ein wildes Pokémon. Na okay. Du ein Stein, du ein Stein runter von meinem Rasen. Du bringst mich aus dem Rasen. Nicht anders. So. So. Aber ich mag trotzdem mal, dass ich... Max will ich... Einen Haufen immer raus. Hm? Drei mal beleber. War ich da überhaupt schon mal? Nö. Oh, das ist riesig. Ich bin schon ziemlich aufgeschmissen hier. Ich bin schon ziemlich aufgeschmissen hier. Das ist dann doch auch für mich weniger Schnittarbeit im Video Editor. Ampholos. Da ist was los. Ähm. Wir slammen dieses komische Ding mal. Frost Slammer. Ich kann aber auch Paralyse hervorrufen. Glaub ich nicht. Sonderpunch. Also Donnerschlag. Donnerwetter. 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 Wenn ihr denn fragt, was für ein Videoschnittprogramm benutze ich... In der Videobeschreibung einer jeden Let's Play Folge... Jeden Let's Play Folge, relativ weit unten... Steht schon drauf, dass ich... Als Videoschnittprogramm... KDN Live benutze. Also KDE. Und dann einfach ein N. Einfach nur N. Double N? Ja. So Double Triple ist das nicht. Recall. Also Rückschluss. Ich benutze KDN Live. Und als Betriebssystem benutze ich ArtiLinux. Immer dieses RumgeLinuxe bei mir. Ah. Vertraue keine. Mal treiben die fette Blindschleiche. Dankeschön. Da wäre jetzt ein paar KP gesünder. Nicht 112, sondern 1040 Milliarden. KP. Ah. Stephen Hawking und Stephen Hillenburg wurden kaputt gefickt. Geil. Oder Stephen Spielberg. Und so ähnlich. Jo. Wenn ich einfach nur an... noch einen Flugzeug genommen hätte... da eingepackt hätte... 16 Euro geschmissen... Jo. Selber Schuld. Ich stehe tief in deiner Schuld. Zwei Nuggets. Hab ich auch in meiner Hose. Nennen sich Klöten. Ne. So. Oh. Der war ja noch was. Der war ja noch was. Ich hab schon mal geflogen. Ich hab schon mal geflogen.